Brunch und Kunst, das machen wir heute. Das hier ist Jans. Er malt auf runde, sich drehende Leinwände. Und wir heute auch. Wenn ihr alle Farbe draufgekippt habt, rotiert die Leinwand so schnell, dass sich die Farbe verteilt und herauskommt, was wunderschön abstrakt ist. Danach schaue ich bei Johannes in der Küche vorbei. Und zum Brunch gibt's vegane Breakfast-Tacos, grünes Chakshuka und den größten Pancake der Welt. Dazu eine ordentliche Auswahl Drinks. Ich würde sagen, so kreativ während des Frühstücks war ich noch nie. Und für mehr Tipps in Berlin, folgt mir gerne.